Die Copa Libertadores 2014 aufgrund des Sponsorings auch Copa Bridgestone Libertadores war die 55. Ausspielung des wichtigsten südamerikanischen Fußballwettbewerbs für Vereinsmannschaften. In der Saison 2014 nahmen insgesamt 38 Mannschaften teil, 35 aus den zehn Mitgliedsverbänden der Conmebol. Darunter Titelverteidiger Atletico Minero aus Brasilien und der Sieger der Copa Sudamericana 2013 Circa Alanos aus Argentinien und drei aus Mexiko. Das Turnier begann am 28. Januar mit der Qualifikationsrunde und endete am 13. August 2014 mit dem Finalrückspiel. Dort bezwang Circa San Lorenzo de Almagro aus Argentinien Club National aus Paraguay und gewann erstmals die Copa Libertadores. Teilnehmende Mannschaften Die folgenden Mannschaften nahmen an der Copa Libertadores 2014 teil. Da der Atletico Minero als Titelverteidiger automatisch qualifiziert war, durfte Brasilien sechs statt der üblichen fünf Teilnehmer zum Turnier entsenden, wobei zwei in die Qualifikation mussten. Mexiko, das eigentlich der Conquercaf angehört, sandte nach Einladung drei Mannschaften zum Turnier, von denen zwei in die Qualifikation mussten. Die Mannschaften, die in die Qualifikation für die Hauptrunde gehen mussten, sind in der Tabelle mit einem gekennzeichnet. Die drei erstplatzierten Teams sind für die Conquercaf Champions League 2013 14. qualifiziert und somit nicht für die Copa Libertadores 2014. Spielberechtigt Modus Bei Punktgleichheit in der Gruppenphase ist die Tordifferenz für das Weiterkommen maßgebend, dann die Anzahl der erzielten Tore. Danach die der auswärts erzielten Treffer. Sind auch diese gleich, entscheidet das Los. In den K.O.-Runden gilt bei Punkt- und Torgleichheit ebenfalls die Auswärtstorregel. Erste deren Anzahl gleich folgte ohne Verlängerung sofort ein Elfmeterschießen. Lediglich im Finale gibt es bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten vor dem Elfmeterschießen noch eine Verlängerung. Qualifikation Die Hinspiele fanden am 28. bis 30. Januar die Rückspiele vom 4. bis 6. Februar 2014 statt. Das erstgenannte Team hatte im Hinspiel Heimrecht, das zweite im Rückspiel. Gruppenphase Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Achtelfinale Für das Achtelfinale qualifizierten sich jeweils der Erste und Zweite jeder Gruppe. Die Spiele wurden nicht ausgelost, sondern über eine Setzliste bestimmt. An die acht Gruppensieger wurden entsprechend ihrer Rangfolge die Startnummern 1 bis 8 vergeben. Der beste Gruppensieger erhielt also die 1. Der zweitbeste Gruppensieger die 2 USW. Die acht Gruppen zweiten erhielten die Startnummern 9 bis 16. Im Achtelfinale spielten dann 1 bis 16, 2 bis 15, 3 bis 14. Also der beste Gruppenerste gegen den schlechtesten Gruppen, 2. USW. Die nachstehende Übersicht gibt die Tabelle der Erst- und Zweitplatzierten der Gruppenphase an. Die Hinspiele fanden vom 16. bis 24. April und die Rückspiele vom 23. April bis 2. Mai 2014 statt. Viertelfinale Die Hinspiele fanden am 7. und 8. Mai die Rückspiele am 14. und 15. Mai 2014 statt. Halbfinale Die Hinspiele fanden am 23. und 24. die Rückspiele am 30. und 31. Juli 2014 statt. Finale Hinspielrückspiel beste Torschützen Siehe auch Die Hinspiele Dien mal L payment L payment